Mensch, hallo erstmal meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier im Livestream, kleinen Moment eben, ähm, ne Runde, Dead by Daylight, ich, ich hab gesagt, Ruhe da drüben, so, weil ich Livestreame, so, okay. So, ob ihr stehen oder irgend sowas, so, hallo erstmal meine Freunde, ähm, jetzt wieder ein Rundchen, Dead by Daylight und, hallo erstmal an alle Zuschauer, ich hab, ich hab gesagt, Ruhe da drüben, so, ey, Alter, wenn sie wollen, kannst du auch gleich rüberkommen. So, ähm, ja, ja, tut mir leid, streamen, dass das hier so ein bisschen, aber, ey, mein Nachbar, ich weiß nicht, was da los ist, der ist so am rumstressen die ganze Zeit, laute Mucke und dies und das, ey, seit Tagen geht das, seit Tagen. Und wenn ich dann mal hier was zu tun hab oder so, dann ist hier Highlife, Mann, da kriegst keine Ruhe rein, nicht wahr? So, okay, jetzt erstmal ne Runde Killer spielen, ey, vielleicht kann ich da meine Aggression loswerden, Alter, echt. Boah, ich bin fast am überlegen, ob ich die Kleine rüber und die Herren, ey, am liebsten würde ich rübergehen, krass. Moment, Moment, hat er das jetzt, jetzt hat er das noch lauter gestellt, Alter, das, ey, was hab ich grad gesagt, Mann? Ja, wenn du willst, kannst du rüberkommen. Ich komm gleich rüber. Ey, krass. Ey, seit Tagen geht das hier so ab, ey. Boah. Die Weihnachtstage, die waren schon so heftig, Mann. Ey. Ganz ehrlich, wär nicht Weihnachtszeit oder so, Alter. Ich wär da rübergegangen. Hätt ihn mir gepackt, aber hallo, ich hätt ihn mir so gepackt, ey. Boah. Krass. Ey. Boah, ich muss erstmal runterkommen hier, krass. Krass. Jetzt pöbelst du, ey. Jetzt pöbelst du, ey. Jetzt pöbelst du, ey. Was pöbelst du denn jetzt rum? Halt deinen Rand, Alter. Boah. Deine Olle genauso, Mann. Was soll denn der Mist? Und mach die Scheiß-Mucke endlich leiser. Ja. Sorry. Sorry. Ja. 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 Ich kann da nix für. Also von mir aus geht das nicht. Ehrlich. Nee. 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 Ich seh ja schon in den Kommentaren. Nee. Von mir aus ist das. Seit Tagen geht das so. Seit Tagen. Ich hab hier nie was laut. Ich habe hier nie was laut. Ey. Wenn ich zocke oder so. Ich zocke mit Kopfhörern. Da ist mein Fernseher leise. Krass. Boah. Ey. Ich koste nicht. Ich gehe gleich aus. So. Okay. Ey. Sag mal. Er ist doch hier. Ey. 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 Wartet mal. So. Jetzt reicht's. Jetzt geh ich da rüber. Alter. Jetzt reicht's. Ey. 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 Das war's. So, eine Mistmalle, Alter. So, eine Mistmalle. Ey. Ja, sorry, Lovestream. Ey, jetzt hat er die Tür natürlich hinter sich zugeschlossen, ey. Oh, jetzt. Jetzt bin ich aber sauer, Alter. Krass. Aber bringt ja nix, wenn ich da an der Tür randaliere. Ich wär gleich irre. Ach, Generator treten. Generator! Ja, alles klar. Krass, Leute. Ich saß nicht. Ja, ich seh schon. Die Kommentare gehen ab. Krass. Ja, es ist halt ne aufregende Gegend, wo ich hier wohne. Das ist das. Seht mal. Jetzt hab ich mein ganzes Spiel verkackt. Wegen dem Typen. Ey, krass. Hier, komm. Dich will ich haben, Alter. Du, du kriegst das alles ab hier. Du kriegst alles ab. Krass. Komm her, her, her. Oh, ich sag euch. Ich bin eine Wut, ey. Ich bin eine Wut. Alter. Ey. Hat er hinter sich zugeschlossen, die Pfeife, Alter. Wollt mich nicht reinlassen. Wo bist du? Ich hör dich doch. Sack, Alter. Hier. Boah, ich sag's euch. Ich muss mich erst mal beruhigen, ey. Krass. Ja, tut mir echt leid. Vor allem gleich am Anfang hier. Ey, Alter. Alter. Aber okay, da ist er wenigstens gleich glatt. Boah, ich sag's euch. So. Puh. Oh, ich bin eine Wut. Ich bin so eine Wut. Was willst du denn? Geh her, ihr. Komm her, du Lappen. Hör auf. Hör auf, du Sack, Alter. Hier, Mann, da. Hier. Du kassierst für ihn, Alter. Hier, 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 mein Mann, hier, Alter. Zieht er das rein? Sack. Halt. Bevor sie den da wieder a- Ich hab schon jemand gesehen. Ja, ja, Mann. Komm, du kommst jetzt noch mal dran, Mann. Ja, danke. Mann, das ist du ein Schwein. Ach, du ein Schwein. Komm her. Ey, Alter. Komm jetzt her, du Lappen. Ey. Ja, jetzt hab ich dich, du. Kassier, du. Kassier, du Lappen, Alter. Kassier. Ey. Pöbelt der. Ey. Die Straße. Ey. So, ich lass mich jetzt gar nicht mehr stören. Tür hat mich in den Zug geschlossen. Als erst mal um Ruhe, hoffe ich. Ja, nee, von mir geht das nicht aus, Leute. Von mir geht das hier nicht aus. Ich bin einer, der macht nie Stress, aber er, er trete einfach immer voll durch. Laute Mucke, dies und das, Mann, ihr Kassier. Das geht seit Tagen, geht das so. Wo bist du, Olle? Oh Gott. Wo bist du, Mann? Komm her, hier. Läuft doch schon so ein Kackteil, Alter. Was ist da los? Komm her, Alter. Ich brech dir beide Arme, ey. Ey, Mann. Wenn ich die jetzt nicht klein finde, Alter. Ey. Nein, dies ist schon wieder, ich kass gleich aus, Alter. Ja, ich hab dich gesehen, du Honk, Alter. Ich hab dich gesehen, komm her, ey. Hä? Ich hab doch, ich hab doch da, ich hab doch da gerade jemand gesehen, Alter. Komm, ey. Boah. Ja, ich bin auch gar nicht konzentriert jetzt, ey. Krass. Einfach zu heftig gerade, ey. Aber ich hab Bauchschmerzen deswegen, Alter. Krass. Aber ich ne Wut im Bauch, Alter. Hab ich mir auch noch meine Faust aufgeschlagen, deswegen, ey. Krass. Ja, komm her, du. Ja, komm her, du. Komm her, Mann. Dich schlachtig, ey. Dich schlachtig, Alter. Komm her. Stellvertretend. Alles Bescheid. Komm her, ja. Komm her. Komm her, ja, Alter. Ich krieg dich. Ich krieg dich. So. Jetzt kommst du. Komm, ey. Hier ist der Haken, Alter. Hier ist der Haken. Da kommt's. Schluck den Haken. Stick dran, Alter. Hier. Soll ich dich zu Tode campen, oder was? Ne, mach's nicht. Moment, ey. Was ist jetzt los? Alter, krass. Jetzt schreit der wieder rum. Wasser euch, krass, bitte! Ne.